Die Isle of Man, Steueroase in der irischen See. Dutzende Anbieter von Online-Casinos haben hier ihren Sitz. Auch deutsche Spieler können auf sie zugreifen. Dabei sind Online-Casinos in Deutschland fast ausnahmslos verboten. Damit das Geschäft funktioniert, müssen Spieler ihren Einsatz an die Betreiber überweisen. Dabei, so zeigen unter anderem die Paradise Papers, läuft der Zahlungsverkehr auch über deutsche Banken. Das niedersächsische Innenministerium ist bundesweit zuständig für die Regulierung des Zahlungsverkehrs im Online-Glücksspiel und erklärt auf Anfrage, soweit sich Kreditinstitute an diesem Zahlungsverkehr beteiligen, verstoßen sie gegen das im Glücksspiel-Staatsvertrag formulierte Verbot. Ebenso kann der Straftatbestand der Geldwäsche erfüllt sein. Banken sind in Deutschland laut Gesetz dazu verpflichtet, die Geschäfte ihrer Kunden mit besonderer Sorgfalt zu prüfen. Die Recherchen zeigen nun, in Bezug auf Online-Casinos gelingt das offenbar in vielen Fällen nicht. Betroffene Banken erklären auf Anfrage der ARD, dass sie sich zu konkreten Kundenbeziehungen nicht äußern. Um das Problem zu lösen, fordern Juristen eine Liste mit den wenigen Anbietern zu erstellen, die eine bundesweite Glücksspiel-Lizenz besitzen. Alle Anbieter, die nicht auf dieser Liste stehen, für die wäre dann es kategorisch untersagt, Zahlungen abzuwickeln. Und das würde dann auch die Rechtssicherheit schaffen, die die Banken bislang vermissen. Unklar ist jedoch, wer eine solche Liste erstellen soll. Die Bankenaufsicht BaFin und die Glücksspielaufsicht im niedersächsischen Innenministerium verweisen jeweils aufeinander. Solange das so bleibt, fließt das Geld deutscher Glücksspielkunden weiter in die illegalen Online-Casinos auf der Isle of Man.